Moinsen Pamarillos, mein Name ist Sonic, ihr seid hier auf Rapsplay und wir sind diesmal nur noch zu dritt. Zwei haben die Gruppe verlassen, einer ist Essen, einer hat keine Lust mehr oder sowas. Keine Ahnung. Und wo läufst du denn du hin, Chris? Oben noch nach einem... Ja gut, kann schon nachher machen. Tim, wo bist du? Teleportier dich mal zu uns bitte. Jo, ich teleportier mich jetzt mal zu euch. So, ich wollte mir mal noch ein paar schöne Klamotten angucken. Ich weiß nicht, ob ich hier noch was für Aussehen habe. Dini, Militärmütze. Oh, das sieht ja cool aus. Die ist eigentlich ganz... Moderne Schirmmütze ist natürlich auch geil. Ah, die hatte ich gerade. Ich glaube, das verdeckt meine Haut noch ein bisschen mehr. Oh, der war so lange... Die moderne... Oh, die wird gut. Moderne Softshelljacke? Okay, ich nehme die moderne Softshelljacke. So, dann haben wir einfach eine Militärhose. Die ist sehr hell. Dann nehmen wir doch die Trekkinghose. Und ansonsten einfach einen Cardigan. Den habe ich an. Und dann passende graue Stiefel, würde ich sagen. Nehmen wir doch hier die Stiefel. Schicke wasserdichte Stiefel. Alles klar. Was kann ich hier bei Taschen? Granaten. EMP-Granaten gibt es nicht. Jock-Granaten gibt es auch nicht. Alles klar. Sonst bin ich gut ausgerüstet. Was haben wir hier? Brandgeschosse, Explosivgeschosse. Flächenschaden. Aha, okay. Da können wir Ziele in Brand setzen. Mineralwasser. Anfertigungsressourcen. Ah, cool. Damit kann man sich dann Zeug bauen. Alles klar. Gut. Ich wäre bereit. Tim, wo bist du? Ich muss eigentlich gerade nur noch mich porten. Dann porte dich doch mal, bitte. Mache ich jetzt auch. Thomas. Gut, Tim. Dann würde ich sagen, mache ich doch mal so lang. Ein Winke, Winke. So. Port ist aktiv. Warum kann man denn hier nach Hilfe fragen? Das ist voll dumm. Dann kommt einer und killt dich. Ja. Kapitulieren. Jedes Mal, wenn ein Hund vor mir steht, denke ich, ich kann ihn nicht töten. Ich gebe auf, Hund. Ich gebe auf. Tschö. So, da bin ich. Meine Freundin. Ich nicht. Okay, rein da. Komm. Die vielleicht letzte Folge. Töte Agnes in diesem Spiel. Nur keine Hunde, gell? Warum das denn? Blöder Drecksköter. Was will die hier von mir? Polizei-Schoner. Hab ich mich schon gut. Ziemlich gut. Gibt auf jeden Fall Leben dazu. Alter, über 1000 Leben, aber 400 DPS weniger, ne? Aber dafür 6 mehr Rüstung. Exotische Schadenminderung. Ja, meine Rüstung hat es halt viel. Alter, die sind ja richtig gut. Dermaßen erhöht, weißt du, und ein paar Rüstungsdurchdringungen, weil, glaube ich, auch noch drauf, wenn ich eben noch mal ins richtigen Sinn hab. Gegner, plus 10% gegnerischer Rüstungsschaden. Ja, und von daher, und plus 17 Rüstung, viel Hells. Aber ich würde halt von 5000 auf 4600 runtergehen, aber dafür Lebenspunkte fast auf 5000 hoch. Also, wenn ich schon mit dir jetzt habe, ich habe Lebenspunkte auf 5600. Man muss immer überlegen, je länger man lebt, desto länger oder mehr Schaden kann man auch aussagen. Okay, gut, ich habe es gekauft. Ich habe 4000, also 5000 Leben habe ich jetzt, 3800 DPS ungefähr. Ist noch ein bisschen versteigerungsmöglich, aber das kommt ja jetzt noch. Guck mal hier, 9,6% Feuergeschwindigkeit und Nachladetempo. Und hier kritischer Trefferschaden 17%. Was ist eigentlich verminderte Bedrohung? Was heißt denn das? Hören mich dann die Gegner nicht, oder was? Ja, ich schätze mal, dass du ein schwerer Sichtbar bist auf der Map oder sowas, was? Aha. Ich weiß nicht, ob das nur bei NPCs was bringt. Kann ich jetzt gar nicht sagen. Gut. Ja, ich wäre soweit, Leute. Auf geht's. Habt ihr alle Munition nachgefüllt? Ja, Munition ist nachgefüllt. Ja, ich bin ready, ich stehe schon vor der Tür. Alles klar, ich bin da. Okay, Leute, Neustart aktiv. Und wir sind am Start. Okay, ich hole mal erstmal eine gute Waffe raus. Oder kommen erstmal die Snipe? Obwohl, nee. Ich bleibe erstmal bei der Kette Zeus, oder wie die heißt, oder Kattetius. Oder, oder... Ja, ich halte mich auch, wie die heißt. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Hier ist eine Kiste, Leute. Kiste. 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 Was haben wir denn da drin? Nichts, was ich brauchen kann. So. Sollen wir uns am Wahrzeichen ein bisschen bedienen? Würde ich auch sagen. Okay, dann gehen wir mal zum nächsten Wahrzeichen. Warte mal, rechts ist noch eine Straßensperre. Vielleicht gibt es da noch was Cooles zu kaufen. Wir sind eigentlich fast davor, komm, dann gehen wir mal noch da rein. Vielleicht finden wir da noch was Gutes. Weil ich glaube, die Sachen resetten nach einer Zeit. Das war das, was ich gemeint habe, was? Was, was die vielleicht ein 24 Stunden Reset haben, oder gibt es neue Stuff oder so? Das kann gut sein. Kiste. Da war auf jeden Fall eine Kiste, aber... So. Scan, scan, scan. Sicheren Bereich betreten. Vektor. 30 Sturmgewehrschaden, 2,5% kritischer Trefferschance. Das ist natürlich sehr hübsch. Den werde ich mit denen. Damit geht mein Schaden natürlich extrem nach oben und... Meine Leben würden dann minus 1000. Boah. Aber dafür hätte ich Sturmgewehrschaden und kritischer Trefferschaden. und Pistolenschaden. Und jetzt habe ich Pistolenschaden, LMG-Schaden, was mir nichts bringt, und Schaden gegen Elite, was mir nichts bringt. Also, wenn ich die jetzt hole, dann komme ich von 5600 Lebenspunkte auf 4900. Also, ich würde 1000 Lebenspunkte runter. Auf 4000 würde ich dann gehen. Also, ich sage mal, aktuell sind um die 5000 Leben eigentlich genug. Ja, ich rummelde die jetzt. Ich rummelde die ganz einfach. Was haben wir hier? Horizontale Stabilität. Okay, ich habe mir die Handschuhe auch geholt. Weil die passen besser auf meine Waffen einfach. Bei dem anderen hatte ich Attribute, die bringen mir nichts. Genau das. Deswegen nämlich Sturmgewehr habe ich, Pistole habe ich. Ich habe jetzt so 400 erhöhte DPS gehabt. Ja, ich bin jetzt bei 5.240 DPS. Ich denke, das kann sich sehen lassen. Tim, du weißt, je mehr Schaden man macht, desto schneller ist der Gegner tot, desto kürzer kann der Gegner auf dich schießen. Ja, desto weniger Schaden trifft man, ne? Ja, genau. Der Chris weiß aber auch, dass je länger man lebt, desto länger kann man auch Schaden austeilen. Ja, aber... Chris, das stimmt. Ja, es ist so in beiderlei Hinsicht, das ist das wichtig. Deswegen heißt es da, die gesunde Mitte zu finden, ne? Ja, genau. Ähm... Haben wir vorher bei LOL auch immer gemacht. Immer schön auf Tanks. LOL, LOL, LOL. 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 LOL, aus... Wir gehen zum Wahrzeichen. Kommt mir hinterher. Was war Spieler töten? Nein, wir gehen jetzt zum Wahrzeichen. Ja, zu dritt wird es jetzt schwierig, weil wenn die eben noch alle unterwegs wären, dann... Das war eben schon... ziemlich heftig. Nicht so wie heute Morgen um... 3, 5 Uhr oder so. 3, 5 Uhr. Also ich sehe keine Gegner und nichts. Dann gehen wir zum nächsten Wahrzeichen, oder? Ja. Ist das hier eigentlich... Ne, die sind hier normalerweise schon hier oben, gell? Nein, war manchmal nicht hier oben welche. Manchmal denke ich mir, es könnte auch Underground sein, aber... Bergung hinten. Lass mal hingehen. Nein. Wir haben doch gar nichts zum Bergen. Was haben wir da? Da oben ist es nicht auf dem Spieler... Da sind, äh... Gegner, pass auf. NPCs? Ja, gell? Ja. Ich scanne. Alter. 5.000 Schaden macht die Waffe. Welche? Sniper? Ja. Ja, ich habe mir gerade eben eine neue geholt. Alter, 5.630 Schaden. Ich habe gerade 8.000 mit der Sniper gemacht. Ich mache 6.000. Bei dem... Bei dem anderen Typ habe ich gerade 6.000 gemacht. Aber ich... Ich habe auch... Fast 70% kritischer Trepperschaden. Ne, das heißt, wenn ich da einen Headshot mache... Geht da einiges raus. Brauchst du extra Headshot-Schaden. Alter, Leute. Ich bin down. Ich bin down. Spieler. Ganz... Drei Leute. Ach, du Scheiße. Ich mache Neustart. Alter, was ist mit meiner Leiche passiert? Äh... Checkpoint. Ach, du Scheiße. Der kam von hinten, ey. Das Schwein. Das fiese Schwein. Drei Stück raus. Seid ihr auch tot? Ja, ja. Ich habe mir erst mal Asyl gebären lassen. DZ-01? Zum Glück hatte ich nichts. Äh, keine... Ja, ich glaube... Keine Ahnung, wo steht denn das, wo ich hier bin? Der erste direkt habe ich genau... Ja, ich auch. Das steht halt richtig. Steht hier nochmal über dem Ausgang drauf. DZ-01-7. Alter, die Ficker, ey. Na komm, die holen wir uns jetzt. Abgründig, ne? Würde ich jetzt auch sagen. Ab geht's. Ja, die müssen ja abgründig sein. Deine Fünfte. Naja. Weil wir waren es nicht. Waren wir auf jeden Fall. Die sind es definitiv. Mh, lecker. Mh, mh. Guten. Schönen, schönen Jelly. Peanut Butter Jelly Time, Peanut Butter Jelly Time. Hey, 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 hey. Peanut Butter Jelly, Peanut Butter Jelly, Peanut Butter Jelly. Geradeaus. Ja, ja, ich sehe sie, ich sehe sie. Abgründige. Alter, jetzt lass uns die mal wegholen, ey. Headshot. Headshot. Ne, der zweite mag ich nicht. Du magst, hast du drei Kilo Kohlen geholt? Ja. Oder was? Sehr schön. Der Junge weiß, was gut ist. Fuck, die treffen mich. Wieso treffen die mich hier? Scan. Alter, wie viele sind denn das? Drei Stück. Alle hinter derselben Ecke. Einer läuft weg. Einer muss flankieren oder so. Einer kommt von links. Einer kommt von links, Leute. Einer down. Der andere muss dem jetzt helfen. Zwei down. Kümmert euch um den links. Komm, rein da, rein da. Ich kümmere mich um die zwei Leute. Ihr macht den. Einer down. Der andere ist abgehauen. Ja, und der andere auch tot. Sehr nice, Leute. Super. Basiert. Ja, wirklich, ey. Krass. Boah, ich hab den so Headshots verpasst. Jetzt können wir auch... Oh, der hat eine enge Jeans, Alter. Ich hab eine enge Jeans bekommen. Ja, das passt ja zu dir. Die sitzt gut im Schritt. Riedel hässlich aus. Ja. So. Ich würde sagen, jetzt können wir uns kurz zur Abwuchszone begeben. Weil die hatten schon ein bisschen Loot dabei gehabt, ne? Ja. Dann gehen wir zu dem auf dem Dach. Sehe ich auch so. Das Beste eigentlich. Ladet eure Waffen nach, gell? Immer dran denken. Ja, bin ich immer direkt nach dem Fight. Ist bei mir immer direkt alles nachgeladen. Weil manchmal, da wechsle ich die Waffe vom Sniper auf die andere und dann hab ich nicht nachgeladen. Warte, da hinten ist jemand abtrünnig. Ja, hinter uns auch. Also, aufpassen, ne? Ja, komm. Auf zur Abwurfszone. Soll ich euch Deckung geben vom Dach aus? Ihr geht rechts, ich geh oben aufs Dach und geb euch Deckung von da. Alles klar, machen wir so. Tim, wir gehen hier über die Seitengasse rein. Nicht durch die Garage. Wo ist das fucking Seil, Alter? Warte, wir sind auf der falschen Straßenseite, oder? Ja, ja. Komm hier rüber, wo wir reingegangen sind. Ja. Ja. Moment. Warte, wo seid ihr reingegangen? Moment, Moment. Hier, links, hier daneben. Ich komm da hin. Ja, ja, okay. Ich dachte, ihr seid ins Parkhaus. Ich geh schon hoch, gell? Ey, Tim, mach nicht so voreilig. Mach nicht so voreilig. Ja, ich warte hier rum. Okay, ich geh auf die andere Seite und geb euch Deckung. Ja, ich seh das Seil, ich seh das Seil. Ich guck, dass sich ja grad keiner weghut, aber die Straße ist sauber. Hier oben sind auf jeden Fall einige Mops. Sieben Stück, sieben Stück auf dem Dach. Ja, ich geb euch Feuerschutz von hier aus. Tschüss, go. Jo. Gehen rechts rum. Von der anderen Seite, pass auf. Hinten, hinten, hinten. Alter, ne Wanderhose. Alter, da trifft mich der Penner. Zeig dich, du Wichser. Sehr gut. Tim, wir verschanzen uns am besten hier, wo der Tommy uns auch sehen kann. Jo. Äh, die NPCs in dem Haus neben mir sind ein bisschen böse geworden grad. Ja, ich bin drauf momentan. Ich guck auf jeden Fall mal die Straße hier runter. Und hinter euch auch so ein bisschen, aber ich kann auch nichts sehen. Scannt immer ab und zu, gell? Also immer wenn dein Scan ready ist. Ich kann scannen. Musst du machen. Bei 30 Sekunden komm ich runter ungefähr. Oder bei... Ja, doch. Also ich seh noch keinen bei euch. Okay, ich komme. Den scheinen noch alles safe zu sein. Oh, hier ist ein Abwünniger, hier ist ein Abwünniger. Oh, ne. Ich komme zu euch. Seid ihr noch safe? Ja, mehr oder weniger. Das war's jetzt, wir sind down. Ich komme um die Ecke. Wir sind oben auf dem Dach. Welches Dach, verdammt? Ach, da oben. Direkt über uns. Knallen ab. Hilfe, Hilfe. Wir sind NPCs. Die sind voll eingefärscht da oben. Tim, heil dich. Ich kann nicht, ich kann nicht. Ich hab gehealt. Einer down. Da oben ist noch einer. Ich muss nachladen. Der klettert hinten runter. Fuck, fuck, fuck. Ja, gut. Wie lange ist der Heli noch da? Der ist schon weg, der ist schon weg. Gruppe ist abzunehmen geworden. Tim, wen hast du abgeschossen? Oh, der hat mich abgeknallt, der Kerl. Heil dich, Tim. Ich kann nicht was machen, der hat mich abgeknallt. Tim, heil dich, bevor du da hochgehst. Ich schau. Ich hab die nächste Berge umgerufen. Oh, die knallen mich ab. Die sind alle abtrünnig da oben, diese Wichser. Diese Wichser, Junge. Der Wichser hat mir gerade alles weggeholt. Ja, die sind da hinten direkt gespawnt. Das waren die von eben, die wir abgeknallt haben. Der burnt. Der eine ist down. Ja, der krabbelt noch rum. Pass auf, Tim. Das ist noch ein NPC. Alter, da knallt mich noch einer ab. Der probiert, den zu killen. Der ist down. Tim, der ist down. Da kommt aber noch einer. Da kommen zwei, drei, vier. Keine Ahnung. Das springt direkt aus dem Seekwiler. Pass auf, Tim. Du bist abtrünnig. Ich bin schon wieder auf dem Weg zu euch. Lass uns verpissen, Tim. Das bringt keinen mehr. Ich geh mal hier runter, ey. Ja. Thomas, lass uns hier runtergehen. Ja, die laufen zum Chris runter. Aber der Heli kommt jetzt. Ich muss meine Sachen eigentlich abgeben, ey. Ja, meine haben sie ja, die Wichser. Da habe ich mitgekriegt, dass die aufs Dach gekommen sind. Pass auf, da kommt einer von rechts, Tim. Ich schaff's, ich schaff's. Ich hab keinen Heel mehr. Ich hab's angehangen, ich hab's angehangen. Verbiss dich, komm, wir hauen ab. Thomas, die Deckung. Ich weiß nicht, wo du bist. Von hinten kommt jemand. Ich weiß nicht, wo du bist. Drei Stück bei euch auf dem Dach. Es sind noch viel mehr. Es sind insgesamt sechs auf dem Dach. Neben euch noch. Ja, komm, wir hauen ab. Ich bin unten jetzt. Auf welcher Seite geht ihr runter? Keine Ahnung, wo ich kann. Jetzt hier rechts, komm, Thomas. Mir nach, mir nach. Die Leiter, wo wir gerade eben hochgekommen sind, Chris. Da geht mal runter. Da hat noch jemand in Bergung gerufen. Wir gehen auf die andere Seite. Wir gehen auf die andere Seite. Die Snipern. Lass. Ja, okay, komm. Bleib du oben, Tim. Wir geben dir Deckung von der anderen Seite. Hier unten ist noch einer. Aber ich weiß nicht. Egal, komm hoch. Ja, der Mac, du. 13. Bist du tot? Du bist tot. Ja. Hilfe. Wir werden abgeschossen. Aber ich hier... Der hat mich geholt. Ist das aber egal? Weil meine ganzen Items sind weg. Ja, ja, ja. Ich hab's zuvor geschafft, anzuhängen. Boah. Alter, was ein Mann. Chris, schieß. Nice. Lass ihn verrecken, lass ihn verrecken. Wenn einer den retzen will, knall mir ihn ab. Da kommt einer hoch. Der kommt jetzt einer hoch. Den Flame. Noch am Nachladen. Er ist down, er ist down. Beide down. Da kommt noch einer hoch. Pass auf. Scheiße. Ich muss nur nachladen. Ich muss nachladen. Scheiße, ich muss nachladen. Den einen hab ich komplett down geschossen. Einer down. Der andere aber nicht. Scheiße, der kann nicht retzen. Der andere hab ich komplett runter geschossen. Der kann ihn wieder retzen. Ja, von hier können wir aber den Heli-Dings nicht abknallen. Warte mal. Die kommen da rechts hinten rum. Fuck, Alter, die knallen mich ab. Deine ist down. Ich komm jetzt auch wieder. Ich bin auf dem Weg zu euch, gell? Der andere holt den Loot da oben. Fuck. Nein. Ich hab mich getroffen. Was für'n Loot holt der? Keine Ahnung. Also das von seinem Kumpel, den Loot. Den haben wir gekillt. Jo, hier gehen welche hoch. Hier gehen welche hoch. Wo denn? Ah ja, ich seh einen. Ich seh einen. Da ist der Mac-DU-13. Ey, haut's weg, haut's weg. Ich brauch' euch. Wir sind doch dran. Ich bin da im Nachladen. Headshot. Fuck, daneben. Ich bin down, ich bin down hier oben. Wieso? Heimisch, heimisch. Von gegenüber. Nein! Pass auf, pass auf, der Mac-DU-13. Ist ich tot, Alter. Wer? Was ist das denn für... Alter, was ist denn das da... Alter, kannst du auch oben einen Affen hinstellen, da wo ihr steht. Da bringt er gar nichts. Wieso das denn? Ja, Alter. Ich steh genau mitten im Scheiß... Im Scheiß-Räumchen, geil. Ihr könnt da wunderbar runterzielen. Und wir schaffen es nicht zu dritt, den Spieler da kaputt zu machen. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Was ist das? Da waren auch noch ein paar andere. Ja, okay. Wir haben ja mit dem Mac-DU-13 da. Ich hab mal extra noch gesagt. Ich geh jetzt hoch, gib mir mal Feuerdeckung. Alter, achte doch mal ein bisschen da drauf. Andere anderen drei Seiten angeschossen. Ich hab hier Feuerdeckung zu tief, aber es hat nicht gereicht. Alter, ey. Der muss doch... Ich stell die besseren Affen da oben hin. Ja, dich oder was? Ja. Können wir mal Positionwechsel machen, ey. Da geht ihr zweimal runter und ich mach da oben einen Larry. Headshot. Pipo. Ne, Headshot. Pass auf, von der anderen Seite. Vielleicht räumt der da jetzt auf. Ne, der gehört dazu. Der gehört dazu. Down. Ne, der lebt noch. Der lebt noch. Ich hab ihn noch mal erwischt. Alter, meine Munition ist bald leer. Den da unten hab ich auch noch mal erwischt. Ich heil uns mal kurz. Oh, jetzt hab ich gegen die Stange da geschossen, glaub ich. Komm, klein, ab. Scheiße, der hat schon wieder überlebt. Oh, ich hab einen, einen hab ich auf dem Dach erwischt. Ja, ja, ich seh, ich seh, der lebt aber wieder. Der Typ kommt hoch, der kommt hoch zu euch. Okay, ich bin auf anderer Waffe. Jo. Warte, der schießt, der andere schießt. Alter. Pass auf, Alter. So. Ich hab einen unten gekillt. Meine Stipe ist gleich leer. Ich muss hochkommen. Hilfe, 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 Hilfe. Wo bist du? Wo bist du denn? Ich hab keinen hier. Ich hab keinen hier. Oh, leicht. Alter. Alter, andere Seite, andere Seite. Du kannst keinen töten, wenn der an der Wand hängt, Alter. Das geht nicht. Ey, hier steht mir im Bild. Oh, ich bin down. Du musst auf, achte auf deine Leben. Da kommt einer hoch. Ich muss nachladen. Der down? Nein. Ich hab den Nate geschmissen. Der ist down. Alles klar. Jo. Andere Seite. Oh. Tim, steh doch nicht in der Granate. Wie viele Nights liegen hier oben, ey. Oder Christ, wer? Kommt her, scheide uns. Ja, das war am Hin- und Herspringen, aber da kam ich auch nicht mehr raus, weil ich vorher angeschossen wurde. Und denkt dran, immer auf Max-Munition nachladen, gell? Ja, aber ich hab nicht mehr viel. Oh, hier steht mir im Bild. Oben, Assassin ist weiter down. 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 Da unten kommt noch einer. Auf der Treppe, zwei Stück. Knall den Assassinenkerl ab. Ich werd getroffen von irgendwas. Oh, Alter. Ey, Tim. Ja, wach denn. Lass mich hier zurück. Achte mal auf deine Leben ein bisschen. Aber wenn ich am Snipern bin, dann bin ich am Snipern. Nee, dann sollst du trotzdem auf deine Leben achten. Achtung, einer ist doch an der Wand. Ja, ja. Passt. Alter, wenn die das mal macht, dann ist es hoch, ey. Die gehen mir jetzt auf den Nerv, ey. Oh, Mann, ey. Ich hab noch sieben Schuss, Leute. Dann muss ich hier weg. Alter, die sind geblendet. Die Pilser, die sind geblendet. Einer ist down. Lebt wieder. Und guck dir nicht raus. Fuck, fuck, fuck. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Leute. Die Folge geht auch schon wieder viel zu lang. Ich weiß nicht, wie der mich trifft, aber ich steh nicht. Was gibt's doch nicht. Ja, ich hab auch manchmal das Gefühl. Wow. Ja, ich steh in deinem Kopf, aber ich mach keinen Schaden. Boah, das war ein Kriptgewichser. Also, ich hab weder Heilung noch, äh, sonst irgendwas. Ja, ich hab nur noch meinen Skill hier. Das war's. Da hängt einer an dem Seil, gell? Alter, der eine hat nix mehr. Der hängt am Seil, Achtung. Der rutscht wieder runter. Ey, ich würd sagen, wir verpissen uns von hier. Ja, das Ding ist, man kann nur vorne runter. Hinten nicht? Nein. Das war ein Tobi nicht. Affen sind hier oben. Wo? Der hat mich, der hat mich, der hat mich. Ich muss nachladen. Ich bin tot. Hauen, kaputt. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Ich bin down. Einer down. Das war's jetzt. Alter, Thomas. Ich schaff's dir nicht, ey. Das guck ich mir gerade noch mit zu Ende an. Das wollen wir mal sehen. Ist der hier noch runter? Ja, im gesperrten Bereich. Oh, da kannst du gleich weggeportet werden. Hätten wir das gewusst? Nein. Der Tobi und der Schaff's. Ich bin weg. Ich bin raus. Ey, das ist die beste Stelle, Leute. Jetzt kannst du die Zeit absitzen, gell? Im Safe Room. Echt? Mhm. Oh, wie geil. Gut, dann mach ich das noch. Stimmt, ich bin im Safe Room als Abtrünniger. Ja, da haben der Tobi und der Schaff's jetzt mal auch die Zeit abgesessen. Hi. Ja, aber wir waren da eben am Rumspringen und haben nichts gefunden, weißt du? Ja, ja, stimmt. Also, ich hab sechs Sachen zu bergen. So. Gut, ich würd sagen, ich geh jetzt aber mal offline. Und, ähm, wir können ja heute Abend oder spätabend noch ein bisschen was talken, wenn ihr möchtet. Wenn nicht, dann ist das auch nicht schlimm. Gut. Ja, einfach schreiben. Alles klar, ich schreibe in die Gruppe, wenn ich wieder Zeit hab oder so. Genau. Alles klar, bis dann. Ciao. Bis dann. Tschö, tschö. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn Dana kann zu schnell das Abonnierenfenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit dir nix verpasst. Also, tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch, tritt dir, schick den Kommentar, denn das heilt und das spart Leben, viel mehr Energie, müsst ihr nur Daumen hoch, drückend deinem ein Highscore, kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsbrot. Ich habe Verbindungsbrot. Ich habe Verbindungsbrot.